Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stundo Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, an der Runde Spon-Spop-Spon-Kopf. Und jetzt habe ich hier wieder eine Nachricht gekriegt. Moment. Okay, war nur mein Papa. Kurz zurückantwortet. So, wer ist der Kollege hier? Keine Ahnung. Okay, so. Nee, ich will da jetzt nicht hin. Ein Berichten zufolge muss ich hier hin. Autsch. Ich glaube, ich bin gestorben. Ja gut, wir machen es einfach nochmal. Okay, jetzt aber. Jo, wo kommt ihr denn alle her? Okay, so. Jetzt bauen die nicht mehr neu. Au. Okay, die müssen wir anscheinend mitnehmen. Okay, wir müssen erst zu der Melone. Hallo. Warum? Das Spiel hat einfach rumgehangen. Ich will nicht den abwärmen, sondern da oben. Ach, ich laufe einfach weiter. So. Passt schon. Ich glaube, wir haben es jetzt geschafft, oder? Ja. Ja. Gute Sache, das. Dieses Monster hat alle meine guten Kunden in ihrer Achterdecks gestochen. Angeblich ist er auf dem alten Göffelberg zu finden. Los, schnapp dir die Bestie, Matrose. Ach, du liebe Güte, Mr. Krabs. Ich schaue, was ich tun kann. Okay. Oh, in jedem steckt ein Geschenk. Kann ich den auch, Roman? Ja. Was ist das denn jetzt? Okay. Okay. Hey, warum darf ich nicht da hin? Das tut wie. Okay, so. Ah, jetzt hängt es wieder. Jetzt kann ich hier wieder. Ich steuere nicht, ne? Der steuert wieder von alleine. Hä? Wie ging das denn nochmal? Egal, wir gehen weiter. Das hasse ich an der Xbox. Okay, wie es aussieht, geht es jetzt wieder. Bin ich komplett gestorben? Stark. Ich finde nicht, dass Spongebob's Unterwäsche richtig passt. Hallo, Mrs. Puff. Hallo, Patrick. Ich habe eine Aufgabe für dich. Oh, klasse. Ich habe einen goldenen Pfannenwender gefunden, aber die Roboter auf der Insel haben ihn gestohlen und in den See geworfen. Könntest du ihn vielleicht zurückholen? Klare Sache, Mrs. Puff. Okay. Gehen wir mal hier rüber. Okay. Okay. Wie komme ich da rüber, ist nur die Frage. Ich finde nicht, dass Spongebob's Unterwäsche richtig passt. Aus. Okay, das war es auf jeden Fall nicht. Oh, jedenfalls. Ah, vielleicht muss ich da in die andere Richtung gehen. Ich gehe einfach mal da hin. Junge, lachen die mich aus? Ich glaube, ich bin gestorben. Man, dieses Spiel, ey, das macht mich noch verrückt. Nein, ich hatte den noch. Auf ein neues. Okay, das war es. Endlich. Okay, hier ist ein Checkpoint. Meine Güte ist das. Ey, dieses Level macht mich echt aggressiv. Ich finde nicht, dass Spongebob's Unterwäsche richtig passt. dass sie mich auslachen. Da kann ich mehr reden. Dass sie mich auslachen. Ich muss jetzt erst mal hier hin. Jetzt endlich. Hä? Bin ich ja wieder hier. Okay. Ich werde sie zählen. Und? Okay, ich komme jetzt wieder zu meinem Dingens hier. So. Okay. So. So. Okay. So. 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 So.